Illegale Gelddruckmaschine in einem Versteck, Falschgeld, Spuren, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Das ist dann nochmal zu groß für uns. Ich habe hier keine Leute mehr. In Duisburg gab es mal einen Kollegen, Dortmunder oder Düsseldorf oder so hieß der. Bielefelder. Treiben Sie ihn auf und bringen Sie ihn her. Kripo Köln, Sie bräuchten Ihre Hilfe. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Ich kann mich an gar nichts erinnern und ich kenne die Person gar nicht. Wenn ich Lust auf Rentner gehabt hätte, hätte ich ja auch im Altenheim arbeiten können. Schmitz. Klaus Schmitz. Klaus Schmitz. Ach nee, da gibt's sie noch. Wollte ich auch gerade fragen. Sie kennen sich? Und oft. Kann man wohl sagen. Das wird langsam zum Fetisch mit den alten Männern. Verlieren Sie Ihr Herz gerade an einem Dackel? Das ist kein Dackel. Das ist ein Zeuge. Unser Kronzeuge. Reinhard. Einer zu Hause. Aber wir sind doch gar keine Cops mehr. Wir sind doch Rentner. Rentner-Cops. 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 Reinhard. Einer. 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 Vielen Dank.